... Organisationen brauchen hier die angestampften Plätze zu gehen. Dieser Lauf 12 wird Ihnen Sicherheit gewährleistet. Wir gehen hier Lauf aus den Staaten. Und wer kommt jetzt am besten ganz innen weg? 712 Jürgenzeitel. Wir gehen hier in die Betriebe-Ladung-Platze. Bleiben wir ein, wir gehen jetzt noch am besten. 886 Jürgenzeitel. Und dann 4-4 Jürgenzeitel. Vor der 1-8-Panon, Panon! 689 Matthias Weingasner hier. Hier mit einem Überschlag. Matthias Weingasner vom SBC-Lagest. Die Heiß-Fährleise dreht ihn frei. Die Heiß-Fährleise dreht ihn frei. Jetzt sind wir furchtbar nicht mehr. Heuer Heiß ist 748 Lammel im Jahr. Aber 712 Jürgenzeitel von der 1.090. Der 5.090. Der 1.045. Auf Position der 1.080. Der 1.080 angegriffen. Aber er hat sich erfährt für den 1.080. der 1.080. Der 1.080. Der 1.080. Der 1.080. Raus ist der Gewalt! Peter Galler, unter 6,88 Conrad, Holster und Christoph Filler auf 4, 8 Krammel auf 5. 7,4,5,8,8,8,9,1055. Also zu sagen, 2 und 3, der sein Marsch-Programm, 4, 3,8,9,1055. 3,4,8,9,1055. Und wie gefährlich ist es hier, dieser Vieh-Aufung, wo sein Hauptschluss immer wieder den Anweisungen, hier im Erfolge zu reißen, aber das ganze stört hier Jürgen Seidel nicht, er führt nach wie vor dieses Rennen an. Jürgen Seidel wird vor, Ui der Galler, unter 6,88 Conrad, Max Crammel eben auf, der hier ein spektakulär Christoph Filler. Musik 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 Und hier, ein Bündnismeckl, hier in der Zeit haben wir noch fliegen. Und hier, hier ist eine Bannung, ein Bündnismeckl. Bannung!